Auf, auf, auf das Loch buddeln. Mal gucken, wer es macht. Ich habe hier die Befürchtung, dass es keiner macht, weil es schwankt immer hin und her. Da ist er mittlerweile richtig aufgeräumt hier. Man mag es ja kaum für möglich halten. Aber hier unten tut sich dann nichts mehr. Nö. Hm. Auch da tut sich nichts mehr. Warum tut sich da nichts mehr? Ach so. Das ist ja schon die Farbe davon. Oh Mann. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt auch nichts gehört. Gucken wir mal. Ich meine, ich habe da vielleicht was vergessen. Nö. Ich habe alles erwischt. Ich habe das Tool. Hm. sehr doof richtig doof dass sich da keiner drum kümmert wie sieht es mit den betten aus naja zumindest tut sich da irgendwo was und ich muss ihr gestehen so mit dem boden sieht das schon viel viel besser aus und vermutlich haben wir kein weizen mehr weil keiner brot am backen ist aber es macht nichts wir haben noch 182 stück 180 tendenz fallend aber der nächste händler kommt bestimmt das ist ja sensationell so dann machen wir doch noch mal folgendes bei dem hat mir new formation wo war das denn noch mal angegeben welche rüstung die kriegen wenn man das nicht jedes mal macht dann vergisst man das und ich mit meinem alzheimer damit ist doch jetzt nicht wahr oder das ist doch hier irgendwie wie habe ich dir denn umbenannt gekriegt hier überhaupt formation da konnte man axt kämpfer einstellen ok 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 so und dann das bedeutet bedeutet eigentlich nichts oder so dies und das anziehen so dann das bitte aus bronze das aus bronze und das bitte auch aus bronze so wenn die sich jetzt alle richtig einkleiden würden wäre ja schon mal viel gewonnen so haben wir da kein holz dann geht die kohle jetzt bestimmt auch wieder aus aber ein paar bäumchen sind da noch die könnten gefällt werden das mit den uniformen scheint noch nicht so ganz zu klappen da haben wir die drei betten und da kommt der händler das ist gut das ist erfreulich so dann trab an vielen dank und dann schauen wir mal schwupp 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 und womit bezahlen wir mit irgendetwas billig ist damit mit lager ein bisschen frei kriegen also auf jeden fall nicht mit ernst das sehe ich ja gar nicht ein und dann brauchen wir noch etwas anderes und da können wir eigentlich hiervon ein bisschen was abgeben ist zwar vielleicht unklug wenn wir uns irgendwann eh muss holen aber 510 ist doch ein ganz komfortabler vor komfortabler vorsprung dann brauchen wir hier noch 69 wenn ich mich nicht verzählt habe was hat er denn noch im angebot das nehmen wir mal mit ansonsten interessiert mich im moment nicht sonderlich viel wir könnten ja machen jetzt erstmal das und dann gucken wir mal ob wir noch was anderes davon gebrauchen können was müssen wir noch haben 33 so dann schauen wir gerade mal in den stock wie viel kupfer und zinn wir noch haben holen wir uns was holen wir uns nichts brauchen tun wir sowieso und wir tauschen es dann eigentlich nur ein also am wert ändert sich doch eigentlich nichts dann machen wir das doch sinn und kupfer sind dann 1940 da können wir natürlich dann auch sofern er das denn nimmt doch hier nehmen wir denn da können wir erstmal hier die schlechten sachen nehmen nicht so viel nicht so viel ist vielleicht nicht so prickelnd ähm na was hatte ich denn da eben reingeschmissen da geht doch noch 1300 so dann brauchen wir noch ähm 24 64 64 64 64 ungefähr wert ist ne waffe verkaufe ich nicht auch wenn sie schlecht ist eine schlechte waffe ist besser als gar keine waffe dann gibt es halt noch ein paar samen hier eigentlich die könnte man eigentlich nehmen so vielen dank das passt und jetzt können wir auch im hospital den neuen boden legen so ja da sind wir doch schon ganz gut mit unserem wert dabei so und die laufen jetzt rum mit kupfer sachen ok schauen wir mal irgendwo waren doch hier noch kisten mal gucken was da drin ist 1 2 3 4 5 das passt da sind glaube ich die ähm die rüstung äh quatsch äh die 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 verbände drin und da sind die rüstung sachen drin aber nur die knochen rüstungen und das ist hier drin das ist ernst drin und hier auch ja tatsache und da das ist holz drin dann sollte es zumindest ist da jetzt ein bisschen zügiger gehen dann können wir hier auch noch mal bronze 1 2 3 4 5 und hellen natürlich bitte auch aus bronze 1 2 3 4 5 und waffen da könnte mir jetzt eigentlich mal anfangen das habe ich zu schnell geklickt machen wir die auch aus bronze ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir die jetzt auch aus kupfer machen wie sieht es mit denen aus das ist natürlich doof aber eigentlich hätte ich gerne auch ein fernkampf squad wäre zumindest mal was anderes aber ich glaube die folge ist schon wieder viel zu lang und deswegen mache ich hier auch einen schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin ciao